Thanks for playing. Be sure to check out its ga... Und das Spiel ist abgestürzt. Nach Ewigkeit wieder Mario Odyssey. Meine Switch ist bereit, ich bin bereit. Denn ich hab meine Switch gehackt. Oh, das ist schon weird, nach so langer Zeit wieder Mario Odyssey zu spielen. So, wie gesagt, für diesen Hack müssen wir ein neues Spiel starten. Aber ihr werdet schon am Anfang sehen, dass er etwas anders ist. Da auf der rechten Seite befindet sich eine Pipe. Die war vorher nicht. Das ist ein Signal, dass wir hier rein sollen. So, und jetzt hört euch das an. Wer kennt's? Ihr wisst hier hoch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an Mario Sunshine. Der Wölfte bewegt sich mega komisch. Oh mein Gott, oh mein Gott, gerade so gerettet. Ab hier ist blind, ich hab keine Ahnung, was passiert. What the fuck? Oh nein. Ich hab mich gerade gefreut, dass ich endlich wieder Cappy habe. Und ich hab in der Cutscene auch gesehen, dass hinter mir etwas ist. Da hinten, was sind diese roten? Da ist auch so eine Art Level. So, jetzt ist halt die Frage, sollen wir das hier ohne Cappy machen? Ich probier's einfach mal. Okay, zack. Zack. Und zack. Easy. So, es gibt wahrscheinlich verschiedene Monde. Und hier wird... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Aber ich wusste nicht, dass sie so schnell kaputt gehen. Ich glaub, ich muss da ein bisschen... Bisschen jumpen, die ist das. Da ist ein P-Switch. Und es geht wo weiter? Äh, Bruder, ich hab keine Ahnung. Ah, ich muss zwei P-Switches aktivieren. Der andere P-Switch ist die... Also wird die Treppe sozusagen weiterführen. Warte mal, schaff ich das theoretisch? Nee, nee, ohne Cappy würde ich das nicht schaffen. So, da ist so ein Typ, der will wahrscheinlich Geld haben. Deswegen töten wir alle Goombas. Zack. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Rollen können wir auch noch? Nice. Du kostest wahrscheinlich 10, oder? Ja, du kostest 10, okay. Aus diesem Grund begeben wir uns jetzt in das 2D-Level. Das hab ich grad aus der Ferne gesehen. Und das sieht gefährlich aus. Vor allem die Textur ist auch neu, ne? Mit den toten Köpfen, ne? Oh, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab nur noch ein HP. Oh mein Gott, das war knapp. Kann ich hier einfach hoch? Zack, vielleicht ist da ein geheimer Stern. Äh, Mond meine ich. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Nein, ich hab alle meine Münzen verloren. Oh mein Gott. So, und diesmal passe ich auf. Ich zeige euch meine Mario-Skills, man. Das ist wie Fahrradfahren. Zack. Weird, wo muss ich denn hin? Einfach hier durch? I guess. Warte mal, schaffe ich das, ohne die Blöcken da hochzukommen? Ja. Oh mein Gott, ich hab's immer noch drauf. Ach, da oben ist Cappy. Gut, den holen wir uns. So, und da ist auch schon der... Ein Stern. Genau. ...meine ich. So, was geht ab? Brother. Ich stehe ja in dir, Bruder. Warte mal, was muss ich tun? Ah, der Müll ist das. Aber warte mal, ich hab doch nicht... Oh mein Gott, ich kann das nicht spielen, weil ich Cappy nicht besitze. Oh mein Gott, das ist dumm. Wie krieg ich Cappy zurück? Da oben ist etwas. Oh. Okay, jetzt hab ich das verstanden. Hier muss ich mich, glaub ich, einfach nur fallen lassen, ne? Und dann nach links. Okay, easy, 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 easy. Okay, wir kommen weiter, Leute. Bisher ist der Hack gar nicht mal so schwer. Vielleicht sollte ich meine Fresse halten, weil jedes Mal, wenn ich das sage, dann wird's richtig hart. Uh, das war knapp. So, jetzt bin ich schon mal hier, das ist gut. Und hier ist möglicherweise der erste P-Switch. Ja, hier ist der erste P-Switch. Nice. Das Blöde ist nur, ich muss mich bei dem anderen beeilen, ne? Also, ich muss ja wirklich auf Speedrunner machen, ne? Deswegen. Fuck! Das andere ist einfacher, deswegen wäre es womöglich schlauer, erst den hier zu machen. So, oh mein Gott. So, und jetzt schnell. Also, entweder ist das mit Zeit, oder es hat sich nur resettet, weil ich gestorben bin. Ja, juckt. Okay, die Treppe ist endlich vollständig. Wir kriegen wahrscheinlich Cappy zurück. Hüpf, hüpf, hüpf. Jump, Mario, jump! So, dich kriege ich, mein Freund. Dich kriege ich. Ich brauch hier neun Goombas. Ja gut, sowieso kann ich mich doch nicht verwandeln. Ich glaube, hier müssen ein paar Walljumps gemacht werden. Oder? Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, so funktioniert das auch. Okay, zumindest haben wir Cappy zurück. Was geht? Danke für die Rettung. Jetzt kann ich so etwas machen. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Habe ich erst vermisst. Also, jetzt können wir Book of Ra spielen. Brauchen aber zehn Münzen. Erstmal Genozid an Goombas. Zack. Nach dem Herz, ne? Eins. Zwei. Fuck. Oh, es kostet nochmal zehn Münzen. Junge, ich hab das nicht kommen sehen. Das war ein richtiger Bra-Moment. Das war ein richtiger Bra-Moment. Als ob ich da nicht mal... Oh mein Gott, hoffentlich ist der Vogel nicht zurück, sonst raste ich aus. Komm, ich schieße mich einfach direkt auf die andere Seite. Ach so, komme ich hier hin. Okay, das ist nice. Geh in den Mund. Welcome back, Cappy. So, was muss ich hier machen? Ah, oh mein Gott. Oh, ich glaube, das wird ein bisschen hart. So kann ich mir zumindest vorstellen. Boah, ich hab übertriebenes Angst, Joga. Ne, 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 ne. Okay, okay. Ich dachte, ich komm auf die Art und weiß rüber. Aber das war keine gute Idee. Zack. Es ist schwerer, als ich dachte. Okay, diesmal mit Konzentration, Leute. Ich hab bisher ohne Konzentration gespielt. Aber jetzt aktiviere ich meine Konzentration. Let's go. Okay, und? Oh mein Gott. Oh, wir kommen voran. Wir kommen voran. Wer war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Yo, yo. Danke für die 5 Euro. Wo bin ich? Bonuspipe? What the fuck? Oh, das sieht übertrieben cool aus. Mit dem Mond und so. Ja, das sieht ja mega geil aus. Interessant. Aber ich will ja alle Munde haben. Es kann aber sein, dass ich diesen Hack dann sozusagen... Oh nein. Oh nein. Das ist fucked up. Ein paar Sekunden später. So, und jetzt will ich einfach mal nicht sterben. So, ich würde gerne das Spiel doch mal spielen. Es gibt auf Madeira übrigens ein richtig großes Casino. Da will ich unbedingt mal rein. Ah, ich will dich nicht umbringen, Bruder. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will dich nicht killen, weil ich muss gleich zu dir werden. Jetzt. Der? Nein! Oh, mein Gott. Geh doch einfach weg. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott, verzieh dich. Was ist denn dein Problem, Junge? Jetzt. Endlich. Haben wir den Mond. So. So, du blöder Gumbas. Ich schwöre, ich raste auch aus. Was ist dein Problem? Was? Was? Oh mein Gott, ich sterbe gleich, wenn das so weitergeht. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Okay, drei. Ich brauche sechs. Okay, da sind noch drei Gumbas. Das kriegen wir hin, Freunde. Fünf. Zählt mit mir, Leute. Weg. Ja, die Frage ist, komme ich da wirklich hoch? Weil die Treppe wirkt schon ein bisschen steil. Ja, wir schaffen das hoch. Easy. Und damit kriegen wir schon den... Oh mein... Nein! Das kann passieren? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Okay, okay, dann müssen wir hier ein bisschen Anlauf nehmen. Oh mein Gott. Weiter Anlauf nehmen. Weiter Anlauf nehmen. Okay. So. Gib mir den Mond. Easy. Okay, warte mal. Es gibt doch hier bestimmt mehr, oder? Ah, wisst ihr, wo wir theoretisch noch hingehen könnten, Leute? So, wir dürfen jetzt aber nicht sterben, weil wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir diesen blöden Vogel nochmal machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich bleibe einfach hier. Oh mein Gott. Das war eigentlich ein nicer Jump, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. So, jetzt muss ich irgendwie rüberkommen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, hier wird es irgendwie wild. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ich springe einfach blind. Let's go. Let's go. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Fuck, es war nicht richtig. Aber dahinter ist etwas. Ich habe das genau gesehen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier einfach keinen Capture habe, oder? Ah doch, komm, scheiß drauf. Mann. So. Oh mein Gott. Oh, ey, ich raste aus. Man hat nicht gesehen, ob ich zu weit vorne oder weiter hinten bin. Diese blöde Kamera. Ich kann so nicht nach... Ich kann so nicht spielen, Mann. Guckt euch das mal an. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch... Das ist doch Wahnsinn. Wir sind drüben. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ist ein bisschen so, als würde man Alter 4 spielen, oder? Hier sind ja einfach nur Münzen. Das ist ja super whack. Warte mal, ist ja kein Mond? Oder hier ist einfach nur kein... Was? Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe doch nicht alles. Ich gucke mal eben kurz auf der Internetseite, liebe Freunde. Ich glaube, hier steht nicht, wie viele Monde das hat. Warte mal, es gibt noch einen Bosskampf? Also wir müssen das hier nochmal machen, ne? Weil ich war eben wieder in Cap Kingdom, aber es war nicht wirklich Cap Kingdom. Ja, da war der Bossfight. Also wir müssen gleich gegen Bowser antreten. Oh, oh, das läuft gut, das läuft gut. Bitte nicht runterfallen. Oh mein Gott. Oh mein... Wie gesagt, ich habe nicht mehr im Kopf, was wirklich hier war. Auf zum Endboss. Wir begeben uns wieder zu Cap Kingdom und bei Cap Kingdom gibt es eine Bonus Area. Ich glaube, ich muss dann... Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Oh, es ist schön, wieder hier zu sein. Warte mal, was sind... Was zur... Sind die Kingdom Hearts, oder was? Oh, da oben ist wahrscheinlich dieser Bowserfight. Ja, oh mein Gott, hier sind wir ja richtig. Let's fucking go. Das ist die Bonus Area. Jetzt bin ich gespannt. Ist das der normale Bowserfight? Oder wo die irgendeine... Oh mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Ach du Scheiße. Ja, let's go. Also die Area ist relativ groß. Das Feuer ist ein bisschen schneller gemacht, glaube ich. Und er kommt mir ein bisschen größer vor, oder bilde ich mir das nur ein? Und oh mein Gott, die Dinger kommen mir auch ein bisschen größer vor. Und let's go. So, die Frage ist, wie oft muss ich springen? Eins. Oh mein Gott, er ist riesig. Oh mein Gott. Das ist hart. Und wir müssen wieder das Feuer springen, was wahrscheinlich auch insgesamt größer ist. Und auch viel schneller nach links und rechts geht. Oh, das ist übrigens die Musik aus Mario 64. Das höre ich jetzt erst. Also richtig cool mit dieser Bowser-Mucke aus Mario 64. Okay, das ist eigentlich relativ einfach auszuweichen, wenn man erstmal weiß, wie. Erste Umdrehung. Und zweite Umdrehung. Und nochmal. Erste Umdrehung. Zweite Umdrehung. Und dritte Umdrehung. Ich glaube, das war's. Ne, er lebt noch. Und zack. Und zack. Und zack. Eins. Und zwei. Oh. Oh, oh, oh. Das hab ich nicht kommen sehen. Komm, stirb doch einfach. Wir haben's geschafft. Nice. Ey, das war ein richtig cooler Hack. Thanks for playing. Be sure to check out It's Ga... Und das Spiel ist abgestürzt. Liebe Freunde, es gibt noch andere Custom Maps von Mario Odyssey. Also, die nächsten Tage gibt es wieder Mario Odyssey Custom Maps. Ich glaube, das wird lit. Und nochmal schön auf die Glocke drücken, Leute. Fuck. tienen子 packe. C- 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 C-